Hallo Leute, ich laufe hier gerade so durch das Dorf Südkirche, in dem ich wohne und nehme aus Spaß, jedes Wort einzeln mit meinem Handy auf, damit dieses Video nicht so langweilig wird. Punkt. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video gefällt, auch wenn nichts Spannendes in diesem Video zu sehen ist. Punkt. Danke fürs Zuschauen. Punkt. Lächelnder Smiley. Ich hoffe, jetzt hat mich keiner gesehen. Obwohl, ich hoffe mal, die haben mich jetzt nicht für bescheuert erklärt, wenn die mich jetzt hier gesehen haben, also... Ciao.